Heute findet ein Sommerfest statt, Sommerfest des Golfclubs. Und ja, tolle Beteiligung, gute Stimmung und ja, ich freue mich auf ein schönes Spiel. Ich bin Mitglied im Osport, das heißt, ich spiele sehr oft da. Die Anlage ist wunderbar, die Grins sind in einem tollen Zustand, die Ferien sind in einem tollen Zustand für Herbst, also fantastisch. Das ist ein schöner Tag, den man gemeinsam miteinander verbringt und der gemeinsam dann ausklingt. Und vor allem sind es nette Leute, mit denen man spielt und das ist eine schöne Gemeinschaft. Musik 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 Musik